Hi, du wolltest, dass ich deine Reflexe teste? Kann ich gerne machen. Ich bin zwar kein Arzt, aber das kriegen wir hin. Okay, bevor wir starten, möchte ich noch einige Messungen mit deinem Gesicht durchführen. Wäre das in Ordnung für dich? Gut. Ich habe hier etwas dabei. Das ist so ein Maßband. Und ich werde jetzt erstmal mit deinen Augen anfangen. Wir messen erstmal dein Auge. So. Erstmal hier so. Und hier. Hier. Gut. Und dann noch die Entfernung zwischen deinen beiden Augen. Und dann noch komplett dein Gesicht. So. Okay, gut. Gut. Ist in Ordnung. Ja. Ich hoffe, es hat nicht wehgetan oder so. Gut. Noch eine Sache muss ich messen. Ich muss es messen, mal aufschreiben bevor ich das vergessen. Ich liebe es mal aufschreiben, bevor ich das vergessen. Ich muss es mir als mal aufschreiben, bevor ich das vergessen. Ich habe hier mein iPad, wir werden aber auch später noch einige Tests mit dem iPad durchführen. Ich habe alles aufgeschrieben, als nächstes werde ich dein Gesicht anfassen. Du musst mir sagen, ob es irgendwie weh tut. Tut es hier weh? Nein, es ist mit zwei Händen. Tut nicht weh? Okay, gut. So, dann kommen wir jetzt zum Test. Als erstes möchte ich deine Augen testen. Ich habe hier eine Taschenlampe dabei. Und ich muss gucken, wie deine Augen reagieren. Wenn etwas weh tut oder wenn es dir zu hell wird, dann kannst du gerne deine Augen schließen und mir Bescheid sagen, ja. Hier muss gar nichts weh tun. Am besten entspannst du dich sogar. Okay. So, bist du bereit? Gut. Gut. Guss ich dich. Ist in Ordnung? Gut. 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 Ich werde jetzt die Taschenlampe kurz weg machen und dann wieder deine Augen ran halten. Und versuch dich nicht zu bewegen. Und versuch dich nicht zu bewegen. Also wenn nichts weh tut, wenn es für dich in Ordnung ist, dann guck einfach in meine Augen. Guck einfach in meine Augen. Okay. Ja. Okay. Jetzt mache ich die Taschenlampe weg. Guck. Jetzt mache ich die Taschenlampe weg. Und jetzt wieder deine Augen. Sehr gut. Jetzt mache ich sie weg. Und jetzt kommt sie nochmal von der anderen Seite! So Good Good Ja Ein bisschen näher Okay Das hier On dieser Seite noch Das hier Good Und jetzt bisschen von weiter weg Jetzt erstmal weg Und jetzt wieder No Genau Okay Als nächstes bitte ich dich Dass du dir genau das Licht anguckst Guck jetzt nicht meine Augen an, sondern das Licht Wenn es geht Und jetzt folge dem Licht Folge dem Licht Jetzt geht das Licht erstmal weg So Entspann deine Augen Du kannst sie gerne zumachen Kurz zumachen Ein bisschen blinzeln Gut Jetzt machen wir das gleiche nochmal Folge dem Licht So Sehr gut Das machst du sehr gut Okay Bei der nächsten Aufgabe Aber Sollst du nicht mit dem Licht Sondern dem Finger folgen Guck hier drauf Okay Guck hier drauf Das Licht sollte ich dich ablenken Guck weiter hin auf mein Finger So Jetzt bewegt sich das Licht So Jetzt bewegt sich das Licht Nicht auf das Licht gucken So Mein Finger Mein Finger gut Das Licht Das Licht sollte ich nicht ablenken Das Licht sollte ich nicht ablenken Sehr gut Das hast du sehr gut gemacht Das Licht Dann habe ich noch eine nächste Visuelle Aufgabe für dich Ich zeig dir jetzt eine Farbe Du musst mir sagen Welche Farbe das ist Welche Farbe Diese Farbe Richtig Jetzt wird es etwas schwieriger Welche Farbe ist das Der Stift Welche Farbe Das siehst du Ja Gut So Erkennt man das natürlich besser Richtig Als nächstes werde ich dir diese beiden Farben zeigen Und du musst dir nur die Farbe angucken die ich sage Guck dir hier die blau an Du weißt blau Genau Genau Jetzt nur blau angucken So Jetzt mache ich die Stücke weg So Und jetzt Jetzt Guck bitte jetzt Und dann Und da überdöшend oderquietsch im noch ein paar aufgrund kurs tut ja oder guck ... ich habe es noch eine Schöne Ich könnte, es ist auch eine Schöne ob ich sie mit Farben Culton keine Probleme. Sehr gut. Dann machen wir noch eine Aufgabe mit diesem Stift. Und zwar, ich werde dir jetzt drei Punkte zeigen. Drei imaginäre Punkte. Einen Punkt mit blau und zwei Punkte mit orange. Und du musst dir diese Punkte merken. Gut. Punkt Nummer eins. Hier. Stegmerkte. Gut. Punkt Nummer zwei. Mit orange. Punkt Nummer drei. Hast dir diese drei Punkte gemerkt? Ja. Und jetzt musst du auf Punkt eins schauen. Egal, was ich mache. Nur auf Punkt eins schauen. Okay, jetzt. Ja. Sehr gut. Und jetzt schauen wir auf Punkt Nummer zwei. Weißt du noch, wo Punkt Nummer zwei war? Punkt Nummer zwei. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt nochmal Punkt Nummer eins. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer eins. Busch. Ja, mach ich mich nicht. Das sind ganz gut. Punkt Nummer drei. Ja, mach ich dich nicht. Punkt Nummer drei. Punkt Nummer drei. Gut. Punkt Nummer drei. Spannende Punkt Nummer drei. Das hast du super gemacht. Kommen wir dann zur nächsten Aufgabe. Bei der nächsten Aufgabe werden wir mit meinem iPad arbeiten. Ich werde eine Linie zeichnen. Und deine Aufgabe ist es erstens, mir zu sagen, mit welcher Farbe ich diese Linie zeichne. Und zweitens hinzugucken, wohin diese Linie weitergeht. In welche Richtung du musst. Du musst also den Stift, die Spitze von Stift betrachten. Und gucken, wo die Linie dann als nächstes hin geht. Also zuerst sagst du mir jetzt die Farbe. Welche Farbe ist das? Hier. Jetzt guck, wo der Stift denn geht. Ich werde jetzt die Farbe wechseln. Dann machen wir das gleich nochmal. So. Welche Farbe ist das? Richtig. War es einfach dem Stift zu folgen. Okay. Mit den visuellen Aufgaben sind wir fertig. Und jetzt teste ich deine Öhrchen. Und jetzt teste ich deine Öhrchen. Jetzt teste ich, wie du hörst. Ich werde auf meinem iPad eine bestimmte Anzahl von Strichen machen und du musst mir sagen, wie viele Striche du gehört hast. Wie viele? Wie viele? Wie viele? Wie viele? Wie viele. Wie viele? Stück für Striche. Nochmal. Das war noch einmal. Jetzt. Ja, das war noch einmal. Sehr gut. Und ich mache jetzt ein bisschen weiter weg von dir die Striche. Hier. Dann musst du mir sagen, wie viele. Hast du es gehört? Zwei. Und jetzt? Es waren vier. Ja. Genau. Sehr gut. Machst du super. Machst du super. Super. Wirklich super. Super. Okay. Jetzt kommen wir zu den nächsten Aufgaben. Als nächstes werde ich auf diesem Stück Tapping machen. Und du musst mir sagen, auf welcher Seite du die Kursche hörst. Okay? Gut. Ich werde dir natürlich den Stift nicht zeigen. Guck am besten weg. Du kannst auch gerne deine Augen schließen, damit du es ja nicht siehst. Gut. Okay. Jetzt musst du mir sagen, rechts oder links? Gut. Fangen wir an. Rechts oder links? Gut. Und jetzt? Immer noch? Jetzt? Wir haben. Jetzt? 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 Wir haben am Anfang. Dann nochmal? sehr gut. Okay, jetzt musst du aber wirklich die Augen schließen und ich werde deine Ohren anfassen. Ich werde deine Ohren anfassen und du musst mir sagen, ob du es spürst oder du musst du es spürst, du musst du es spürst, du musst du es spürst. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt die andere Seite. Sehr gut. Okay, siehst du, klappt alles. Also ich fände, das hast du richtig, richtig gut gemacht. Ich konnte gar keine Probleme feststellen. Nein, überhaupt nicht. Natürlich, wenn du weiterhin irgendwelche Beschwerden hast, musst du zum Arzt. Aber von meiner Seite war heute schon mal alles in Ordnung. Ich hoffe, ich konnte dich entspannen. Und wenn du magst, kannst du gerne wiederkommen. Dann machen wir noch andere Tests zusammen, ja? Okay. 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 So, das tut einfach. Wir sehen uns ja.